Siehst du das? Kranplatz, da soll ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, das ist das Problem. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, zu dumm sind oder was. Kranplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Du musst mal fragen, ob die, weiß ich nicht, sollen wir nach Hause fahren oder was? Ist doch lächerlich, oder? Wissen doch, was so ein Kran wiegt, oder? Junge, jetzt kriege ich jetzt langsam hier, werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht es mir langsam. Haben die kein Bandmaß, was acht Meter lang ist? Junge, 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 Junge. Ach, Mensch, hör auf! Ein paar Nichtskönner. Originale Nichtskönner. Ach, das ist hier eine Baustelle für Tollidioten. Genauso eine Tollidioten, wie diese Norweger sind. Tollidioten. Deswegen sind die auch nicht in der EU, weil die am Leben vorbeilauten, diese Spinnerbande. Gar nichts, zusammenpacken, Ende. Könnt doch nicht mal Bandmaß halten! Könnt doch nicht mal Bandmaß.